So, dritter Versuch. Beim ersten Versuch habe ich überhaupt kein Mikrofon gehabt, dann kamen also nur die Sounds von dem Intro und Outro raus. Am zweiten haben wir im Mikro anderen. Allerdings die abgespielten Insta Reels, da kam nichts mehr an. Habe noch was verändert. Mal gespannt, wie es funktioniert. Also wir schauen uns mal das Instagram Reel an, was ich gerade gemacht habe. Ich muss mal kurz hier den Bildschirm einschalten. So, und jetzt schalten wir hier mal um. Da sehen wir es ja schon. Und wie gesagt, ich habe was Neues gebaut und gucken uns das erstmal an und dann kommentiere ich das auch noch. Natürlich wieder für Samstag. Guten Tag. Der Onlinehandel wächst. Die Flut von Paketen ist eine große Herausforderung für unsere Umwelt. Große Einzelhändler haben ihre Pakete modularisiert. Der Verpackungsprozess ist effizienter, aber es wird immer noch viel Luft transportiert. Aus dem Genom der Pakete ermittelt Wölker die richtigen Module. So profitieren auch KMO von Verpackungsmodulen. Mehr am 20. April 2024. Das scheint ja einigermaßen funktioniert zu haben. Ich habe erstmal das Mikro, hier das Neue, was ich hier runter habe, gemutet. Ich habe einen Eindruck, die Audioausgabe, die ich jetzt mitgeschnitten habe, scheint total übersteuert zu sein. Das heißt, ich gucke es mir jetzt mal auf Twitch an und mal gucken, was also wirklich bei euch angekommen ist. Gut, aber als Powerpoint Ranger kriegt man auch das hin. Mal schauen wir mal. Mal schauen wir mal.